Ich grüße dich ganz herzlich zum Christ Carolus Podcast. Heute stelle ich erst einmal vor, was wir gemeinsam angehen, was du hier von mir geschenkt bekommst. Und wie du vielleicht hören kannst, befinde ich mich im Wald und gehe ein paar Schritte mit dir. Und diese gemeinsame Reise ist genau das, was wir erleben hier. Ich werde dir von meinen Erfahrungen erzählen, Geschichten teilen, dir Fragen stellen, mit denen du dich beschäftigen kannst. Und dich herausfordern, in Aktion zu treten, Schritte zu gehen, die dich wachsen lassen, die dich lernen lassen, die dich zu einem gesünderen, glücklicheren, erfüllteren Leben führen. Und ich frage dich heute, ist schon der erste Schritt. Diese Frage lautet, welche Geschichte erzählst du dir über dich selbst? Welche Geschichte erzählt dein Kopf dir? Wer glaubst du zu sein? Und mit dieser Frage fordere ich dich heraus, diese einmal wirken zu lassen, zu beobachten, was da in dir geschieht, was da aufkommt. Womöglich hilft es dir, das Ganze aufzuschreiben und es begreifbarer zu machen. Mehr Klarheit und mehr Abstand dazu zu gewinnen. Und es ist eine Herausforderung, das heißt, es ist nicht leicht. Es können Widerstände und Emotionen auftauchen, die du nicht erwartet hast. Doch genau das sind die Signale, das sind die Wegweiser in unserem Leben, die uns begleiten, die uns führen, die uns dienlich sind. Im Prinzip sind es gute Freunde, wie Schmerz, der ein guter Freund ist, um zu zeigen, ein Moment, stopp, da ist etwas, das darf ich mir anschauen, das darfst du dir anschauen. Das ist gerade dran, das ist wichtig, das ist jetzt. Das ist wahr, das ist gegenwärtig. Und erst wenn wir von all dem Lärm um uns herum, von all den Ablenkungen loslassen, von all dem, was wir glauben zu sein und sein müssen, dann können wir das erfahren, was uns wirklich beschäftigt, was wirklich in uns vorgeht und einen Schritt weiter gehen. Und dazu lade ich dich ein mit dieser Frage, dieser Herausforderung. Welche Geschichte erzählst du dir über dich selbst?